Guten Tag, liebe Lernende. In diesem Lehrvideo geht es jetzt darum, den ersten Teil der Inhaltsanalyse vorzunehmen. Ich hatte bereits im Eingangsvideo erklärt, dass wir jetzt vier Lehrvideos dazu sehen werden. Das erste Lehrvideo beinhaltet die beiden Abschnitte Aufgabenstellung und Gesamtidee. Kommen wir zum ersten Teil, zur Aufgabenstellung. Wenn man eine Analyse vornimmt, dann geht es erst einmal darum zu wissen, was ich denn hinsichtlich der Aufgabenstellung überhaupt analysieren soll. Und das bedeutet, dass die Aufgabenstellung mir Signalswörter anzeigt, die ich dahingehend abklopfen und mir vergegenwärtigen muss, damit ich weiß, in welche Richtung meine Analysetätigkeit vorzugehen hat. Weil nicht immer muss man alles tun, was sozusagen ein Analyse-Raster verlangt. Manchmal reicht es auch hin, sich also konkret auf das zu beschränken, was also in der Aufgabe ist. Den kompletten Film und viele weitere findest du auf www.sofatutor.com. Über 7000 Lernvideos erklären dir, was du für gute Noten wissen musst. Tests überprüfen dein Wissen nach jedem Video. Echte Lehrer helfen dir im täglichen Live-Chat sofort bei deinen Problemen. Du kannst außerdem Privatstunden bei deinem persönlichen Online-Tutor buchen, um tiefer in ein Thema einzutauchen. So helfen wir dir, deine Zensuren ohne großen Aufwand zu verbessern. Probiere es am besten sofort aus auf www.sofatutor.com. Körpers